Hallo, mein Name ist Dominik Schneider und hinter mir sehen Sie meine eigene Bank. Naja, zumindest fühlt es sich so an. Seit Geburt bin ich Kunde der Volksbankbühe. Vor kurzem dann hat mich mein Kundenberater Frank Gutknecht über das genossenschaftliche Prinzip der Volksbanken Ralf Eisenbanken informiert. Und das war mal wirklich interessant. Er meinte, wer Kunde sei, könne auch Mitglied und damit Teilhaber der Bank werden. Das hat mich neugierig gemacht. Er erzählte, dass man Anteile zeichnen, somit Miteigentümer werden kann. Als ich nach den Vorteilen fragte, war ich ziemlich überrascht. Denn fordern profitiert man nicht nur von der jährlichen Dividende auf die Mitgliedschaftsanteile, sondern da steckt noch viel mehr dahinter. Was mir ganz besonders gefällt, ist das Recht zur Mitsprache und Mitbestimmung in wichtigen Angelegenheiten der Bank. Jedes Mitglied hat das gleiche Stimmrecht und man spricht von der genossenschaftlichen Gleichberechtigung. Außerdem genieße ich als Mitglied charifliche Vorteile der Finanzpartner der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Hallo Herr Gutknecht. Guten Tag Herr Schneider, ich grüße Sie. Was kann ich für Sie tun? Ich war gerade dabei, das genossenschaftliche Prinzip zu erklären und wollte Sie bitten, uns kurz zu erläutern, wie das Ganze vonstatten geht. Das erkläre ich Ihnen sehr gerne. Mein Name ist Frank Gutknecht. Ich bin seit sechs Jahren Kundenberater bei der Volksbank Böhl. Dass wir unseren Mitglied in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen, hat Ihnen Herr Schneider sicherlich schon erklärt. Genau genommen glauben wir bei den Volksbanken Reifeisenbanken seit mehr als 150 Jahren daran, dass wir als Genossenschaft mit jedem Mitglied stärker werden. Heute zählen wir über 16 Millionen Mitglieder. Das bestärkt uns natürlich in unserem Handeln und in der Gewissheit, dass die Nähe zu unseren Kunden wichtig ist. Deshalb liegen uns die Menschen in der Region am Herzen und das heißt unter anderem, dass wir umfassend beraten und dabei die persönliche Situation und die Bedürfnisse unserer Kunden berücksichtigen. Aber wie wird man Mitglied? Wer sich für eine Mitgliedschaft interessiert, wird bei uns zunächst ausführlich informiert. Mit seinem Beitritt entscheidet sich das neue Mitglied, einen oder mehrere Geschäftsanteile zu zeichnen und zahlt ein Guthaben auf ein gesprächendes Konto ein. Damit wird er automatisch Teilhaber unserer Bank und profitiert von unserem geschäftlichen Erfolg. Sie sehen, ein einfacher Prozess, der Ihnen die Möglichkeit gibt, mehr zu erfahren, mehr zu bewegen und mehr zu bekommen. Und als Mitglied profitiert man darüber hinaus von der Mitgliederförderung. Zum Beispiel über das Mehrwertprogramm VR BankCard Plus. Denn das gibt es nur für uns Mitglieder. Mit dieser Karte genießen wir zusätzliche Vorteile bei örtlichen Händlern oder Gastronomen. So haben wir einen Mehrwert und stärken automatisch die örtliche Wirtschaft. Auf Neudeutsch eine Win-Win-Situation. Übrigens gibt es auch eine kostenlose App, das dafür sorgt, dass wir Mitglieder auch auf Reisen bundesweit alle Vorteile der VR BankCard Plus bei mehreren tausend Partnern nutzen können. Oh, meine Freunde, sorry, alles jetzt privat.